Jetzt sehen wir den Tarnumhang. Äh, was sehe ich gerade? Oh, Moment. Den Tarnumhang. Wow, das ist so toll. Ich kann ihn fast nicht sehen. Mithilfe der neuesten Technologie der Spektralberechnung macht der Tarnumhang seinen Träger für alle biologischen Lichtrezeptoren transparent. Äh, was? Er macht Sachen unsichtbar. Oh, wenn Einhornhündchen unsichtbar ist, kann keiner sehen, wie schlecht er ist. Genial! Nein. Oh, das heißt, wenn wir diese Tarnumhänge tragen, können wir ihm helfen, ohne dass er es merkt und er wird wieder an sich glauben. Ja! Seht mal her, ich bin ein Geist. Beruhig dich mal. Die Umhänge sind noch in der Testphase, also... Danke, Füchsin, du bist großartig bis dann. Hallo, Einhornhündchen. Was machst du so? Ich lieg nur so rum, weil ich Öl bin. Also wäre es nicht besser, wenn du der Skaterrampe noch eine Chance gibst? Wieso? Soll ich mich etwa nochmal zum Gespött machen? Komm, steh auf, versuch eine kleine Übung. Wenn es nicht klappt, werde ich es auch nie wieder erwähnen. Na gut, aber das ist mein allerletzter Versuch. Und vergiss nicht, glaube immer an dich. Okay, ich glaube immer an mich. Wow! Wow, es hat geklappt. Ich konnte den Zauber des Selbstvertrauens wirklich deutlich in mir spüren. Ich bin großartig! Genauso ist es, Einhornhündchen. Hey, ich habe gesehen, was ihr gemacht habt. Äh, ach wirklich? Ja, wirklich. Du warst großartig, Kumpel. Du solltest an den Skaters Stuntgames teilnehmen. Der Gewinner bekommt 10.000 coole Sticker. 10.000 Sticker? Einhornhündchen, du musst mitmachen. Yeah, da hat sie vollkommen recht. Hier ist ein krasser Vorgeschmack auf das Ganze. Du cooler Typ. Ein echter Sticker. Es funktioniert also doch, an sich selbst zu glauben. Einhornhündchen! 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 Wir haben es geschafft! Alles gut, Leute. Was redet ihr da? Jetzt muss er in dem gefährlichsten Skateboard-Wettbewerb der Welt starten. Prinzessin, dieser Wettbewerb ist wirklich extrem. Sogar für meine Verhältnisse. Oh ja, richtig, so ist es, hm? Ach, macht euch gerne Sorgen. Das ist doch nur eine kleine alberne Skateboard-Show. Zu extrem! Wahrscheinlich hat er nicht an sich geglaubt. Willkommen bei den Skater-Stunt-Games! Wir zeigen Skater, Stunts und die extremsten, verrücktesten, grob fahrlässigsten, gefährlichsten Skater-Rappen, die es gibt! Vor den Skater-Stunt-Games hatte ich Arme und Beine, aber jetzt habe ich Slicker! Oh ja! Wir dürfen das nicht zulassen. Ach, Richard. Nur weil du deinen Traum, ein Superskater zu werden, aufgegeben hast, mach es ihm doch nicht kaputt, Mann! Was? Das habe ich doch gar nicht... Er braucht unsere Hilfe, Leute, und ich werde ihn nicht enttäuschen. Außerdem gibt es all die Slicker! Das ist überhaupt kein guter Grund. Hör mir zu, mein Junge, die Skater-Stunts-Games sind kein Witz. Die Leute, die fallen, fallen richtig tief. Der Legende nach verfolgen ihre Geister diese Rampen noch heute! Aber du kriegst das schon hin. Du bist doch ein Superskater! Danke, Tino Cool. Wollt ihr sehen, wie ich das Ding hier nach Hause bringe? Das wollen wir, Bruder. Wir werden dir bei deinen fantastischen Stunts zusehen, für die du überhaupt keine Hilfe brauchst. Danke, Schwesterchen. Ich glaube an mich selbst! Auf der Rampe ist jetzt unser Jüngster-Skater. Einem Riesenapplaus für Einhornhündchen! Umhänge überziehen! Dr. Füchsen und Richard sind bei mir, Falco dir bei Einhornhündchen... Bereits! Hallo, hier bin ich! Und ich glaube an mich selbst! Juhu! 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 Er hat's geschafft! Es ist absolut unfassbar!